Mein Name ist Doris Gottschlich und ich bin 35 Jahre alt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, als Friseurin. Über soziale Berufe für mich selber habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Ich denke, wenn man so einen Beruf als Sozialarbeiter wählt, dass man dann auch glücklich damit ist. Sonst würde man es ja nicht machen. Das war's. Das war's.